Au mann, das sieht ja jetzt... ...der nimmt demnächst nach dem Boss aus, wenn es jetzt hier schon sich alles... ...darauf hingearbeitet hat. Ich glaube die E2Goat-Sachen sind die, die Geld gebracht haben. Weil man von denen so viele hat. Nee. Okay. Achso, jetzt ist bestimmt hier und dann hinter mir auch noch einer. Da oben, ja. Ja. Ganz genau. Als ist hier der Nächste. Oh Mann, das ist ja... ...verworren. War das jetzt schon richtig? Nee, hätte ich eigentlich hierhin gemusst, oder was? Nee, hä? Muss ich denn da jetzt reinkommen? Oder wäre das hier eigentlich gewesen und jetzt hätte ich da aufmachen müssen und... Nee. Ach, muss ich irgendwo klettern? Vergesse ich jetzt schon wieder die elementaren Sachen? Nee. Nix zum Klettern. Ah. Achso, ja, ich hätte den anmachen sollen, um mich hier rein... Nee. Das macht ja auch keinen Sinn. Achso, jetzt kann ich wieder unten hin. Aber bin ich jetzt schon durch? Oder war das jetzt nur für die Kiste? Das war nur für die Kiste. Warte mal, ist dann... Na klar, es ist einer. Der sieht ja anders aus. Mich davor denn doch ein übersehen? Oh, das wäre... Ärgerlich. Widerstand steil, okay. So. Bin ich wieder hier? Achso, ich muss den... Ich muss den powern, ne? Ups. So. Damit ich da hingeschleudert werde. Hey! Ganz genau. Oh, ein Glück hat hier jemand irgendwelche Sachen... Und die sind noch da einfach, ne? Weil das Rest sind wie... Achso, hier kann man jetzt an der Wand langlaufen. Ah, ja, ja, ja. Oh. Oh, na, okay. Ich speichere es bestimmt gleich nochmal. Weil das sieht ja schon mal verdächtig aus hier. Ja. Wenn ich den spreche, haben wir selber. Hehe. Der Tod ist nah! Naja, der Tod bin ich. Der, der kleine Flügel. Ist mit dem los. Warum ist denn der fett? Ach! Ich habe mir gerade schon gedacht, ob man... Ob es einen Kampf geben kann mit diesem... Ach, Mist. So. Bam. Jetzt hat er sich selber getroffen. Ich muss wahrscheinlich vor dieser fetten Kugel ausweichen, ne? Bam. Hehe. Ja, das war gut. So, was ist jetzt? Okay, ist immer noch... Aktiv. Okay, der hat alle kassiert davon. Und weg. Ups. Was ist jetzt? Achso, oh. Okay. Aber wie geht denn das jetzt? Achso, ich hätte selber hier reingemusst. Der... Der... Aaaaah. Warte mal. Achso, jetzt. Nee. Jetzt... Waren die leider da im Weg? Warum ist es immer noch da oben jetzt? Okay. So, jetzt sind beide unten. Okay. Die... Kleinen sind weg. Hä? Habe ich den? 2000! Das war ja ordentlich. Okay, aber ich mach das einfach mal weiter so, ne? Ich mach da nochmal die fette Kugel. Warte. Nein. Ah. Trotzdem geklappt. Ich hab keine Ahnung. Geht der jetzt? Ah. Und jetzt noch einen oben, ne? Und jetzt noch einen oben, ne? Das war... Das war... Das war Quatsch. Ne, ich muss einen hier machen. Ne. Ach, wie ärgerlich. Ach, wie ärgerlich. ist das jetzt richtig? Nein. Okay. Er macht's aber nochmal. Los! Okay, warte mal. Ja. Ich muss jetzt nochmal gucken. L1 und Dreieck. Okay. Es hat sich aber gelohnt. Zack, hier nochmal. Okay. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn ich jetzt... hier das aufmach, was mir das bringt. Muss ich vielleicht, ich weiß es nicht, die... die aufladen? Vielleicht bringt das mehr? Ne, ich muss ja jetzt hier zwei machen, ne? Weil... So. Mach das jetzt, ne? Die sind Level 20, als ob. Ah, Mist. Okay, aber jetzt ist er... Ich nehme mal noch einen. Okay, jetzt haben wir ihn. Jetzt kann er nochmal sein Zeug machen. Okay. Naja, hat er trotzdem getroffen, aber... Okay, jetzt muss ich das aber... Ich muss... das hier machen. Wie ist das da jetzt passiert, hä? Hehehehe. Wo... ist... der Schlüssel? Gnade, Alter. Wo ist er? Bitte, ich sag dir alles. Es war... Chaos. Selbst der Edelste unter uns war von Sinnen und erhob sein Schwert. Es passierte dem Archon. Und auch mir. Der Archon. Verdammter Brunnen. Die Benutzung war verboten. Was er auch sah, hat seinen Verstand zerstört. Er verbreitete Verderben. Er verwandelte die Stadt in ein Schlachthaus und brieß seine eigene Reinheit. Schließlich... Floh der Archon in den Kristallturm. Den Schlüssel nahm er mit. Okay. Elfenbein-Zitadelle ist geschafft. Aufstelle dich dem Archon. So, der hatte doch... Eine legendäre Waffe wurde an deinen Posteingang geschickt. Ja, okay. Den können wir doch mal reden. Der Archon nannte dich Schreiber. Ich bin Yamaera. Einst war ich der oberste Schreiber. Hier in der Elfenbein-Zitadelle. Ich habe vergangene und gegenwärtige Dinge aufgezeichnet. Und auch die sich immer ändernde Zukunft. Denn ich habe das zweite Gesicht. Durch die Augen anderer zu sehen, ist eine Gabe, die nur wenige Engel tolerieren. Selbst die Höllenwache hat ihre Geheimnisse. Der Archon will sie wissen. Doch er hat zu viel gesehen. Okay. Ausatmen in der Zahn. So stehen. Der Archon... In der Zahn... Bei uns selbst. So, wir müssen den natürlich noch befragen, ob er nicht, dass er noch ein Quest ausrückt hat. Okay. Aber ich hab mir schon gedacht, dass er uns verrät. Dunkles schlug in ihm Wurzeln. Es benutzte ihn als Marionette, um den schwarzen Hass zu verbreiten. Es sagt vielleicht viel aus, dass wir den Unterschied nicht erkennen konnten. Ja, so. Naja, da gibt's nix. Okay, ähm. Achso, ach, jetzt müssen wir zum Kristallturm wieder. Stelle den Archion. Ah, hier ist die Elfenbein der Citadelle. Ah, okay. Müssen wir einfach zurückreisen? Ist das so? Wenn wir jetzt aufmachen, passiert was? Geh einfach mal. Ne, ich brauch doch gar nicht vor die Tür gehen, ne? Ne. Da stand ja auch, ist geschafft. Jetzt kann ich einfach wieder rausreisen. Ja. Okay, dann machen wir das jetzt, denn bevor wir den Archion stellen, werden wir alle Sachen erkunden, die wir erkunden können mit unserer tollen Fähigkeit. Das machen wir natürlich nötlich. Hier gab's ja nichts. Erde. Stimmt, wir haben immer noch nicht alle Engel gefunden, ne, die wir finden sollten hierfür. Muss ich denn vielleicht auch nochmal machen, dass ich da noch einmal komplett durchgehe. Okay, aber jetzt gehen wir erstmal hier hin und erst Schmiede lande. So, jetzt sind wir wieder hier. Ich werde es hier einfach mal aktivieren. Ich hab keine Ahnung. Ich lade das einfach mal auf. Weil ich glaube, das andere war da oben irgendwo und ich weiß noch nicht, wie ich hier jetzt ran kann. Komm, aber mal mal sehen. Aber das ist ja jetzt schon eine ganze Weile, dass wir, dass ich das gerne machen wollte hier. Ich weiß nur nicht, weil hier konnte man ja, ach, das stimmt, und dann kann ich da unten reingehen und dann hier rauskommen. Ist das so? Zack. So, wenn ich jetzt da unten hingehe. Ups. Vielleicht ist ja dahinter denn diese, was auch immer da ist. Hey. Ja. So, kann ich jetzt hier einmal durchschmeißen? Ja, das geht. Geht es? Ja. Okay. Aber nicht ganz. Aber theoretisch schon, ne? Epp. Ach. Okay. Nicht so leicht. Ist es dämlich. Okay. Mach es einem nicht so leicht. Ich kann mich... Warum bleibt es da hängen? Nee, das geht auch nicht. Oh, ist das doof. Okay, ähm. Aber das geht doch bestimmt da durch. Das muss doch da durchgehen. Hey. Ja. Ähm. So. Weiß ich noch nicht, was da ist. Ist es eine Seite? Ja. So, den schmeißen wir jetzt auch noch da durch und machen die Seite kaputt. Hey. Ah. Heh. Kann nehmen wir doch mal. Da möchte ich doch nochmal zurück. Nicht geguckt, ob es da oben zufällig einen Stein gibt. Oder sonst irgendwas? Nee. Stimmt. Da denke ich auch gerade dran. Da müssen wir zudem mal zurück und dann die Steine auch ausgeben. So. Hier gibt es auch keinen Stein. Aber hier vielleicht? Nee. Aber hier gibt es eine tolle Kiste. Die ja jetzt eigentlich für das Level richtig sein müsste. Schulterplatten. Ja, aber... Ja, gut. Ich meine, wir haben... die ganze Engelsrüstung jetzt. Ja, stimmt. Wir müssen auch unbedingt verkaufen, dass wir da... Oh, wir müssen auch nachgucken, was wir da für eine Waffe gekriegt haben. Die war ja auch einmal gut. Ja, ist nicht so gut einfach. Bringt ja nichts. Weil wir dieses andere krasse Teil bekommen. Ah, stimmt. Wir haben auch richtig... Hier weiß ich auch noch nicht... Ähm... Gibt ja, glaube ich, zehn Ebenen. Ich muss auch zugeben, ich habe mal nachgeguckt im Internet, was wir jetzt noch hier... was es noch alles gibt und anscheinend sind wir an ein ganz paar vorbeigelaufen. Obwohl wir ja die meisten... Geheimnisse fehlen, ein paar, ne? Das ist ein bisschen schade. Aber... Die meisten Ebenen haben wir ja. Wann hier noch irgendwo hin? Achso, ne? Ja, hier sind wir gerade unten. Warte mal. Achso, stimmt. Wir müssen nochmal hoch. Warte mal. Ne, achso. Ah, wir müssen hier hochklettern. Ja, 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 ja. Ups. Ich weiß nicht, ob das... Danach fehlt, glaube ich, noch eine Seite. Dann hätten wir das auch voll. Bin aber nicht ganz sicher. Weiter hoch. Ja. Hm, fertig. Ja, als ob. Krass. Sehr cool. Weiß nicht, ob es noch eine vierte gibt? Ich... Ich würde es fast behaupten, nicht, aber... Da habe ich natürlich keine Ahnung. Und praktischerweise ist er hier schon. Hallo? Ja, ja. Ja. Genau, hier. Ja. Noch ein Schlüssel. Hehehe. Sehr gut, okay. So, dann haben wir das hier einmal. Dann... So, das war's für heute mit Darksiders. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 wand's. Vielen Dank.